Herzlich Willkommen zu einem kleinen Einführungsvideo in meinem Livestream von Ra. Wir nehmen die Isius und ich stelle jetzt mal kurz drei Charaktere und dann geht es heute Abend um sagen wir 19 Uhr los. Schauen wir mal kurz wer die beste Verfassung wäre eigentlich nicht schlecht. Aber die haben sogar mehr. Dafür haben die mehr Intelligenz. Ansonst? Ja, die hier. Ein Zwerg. Machen wir ein Zwerg und tun ihn in die Verfassung rein. Oder? Ja, ein Drittel sollte eigentlich zäh sein. Okay, dann mal das Gesicht auswählen. Augenfarbe machen wir. Schwarze. Ja, schwarz. Haare machen wir. Zeig mir mal alle Haare. Nein, nackt auch nicht. Glatze. Hm, das ist eigentlich schlecht. Oder? Komm, wir machen einen Zopf. Haarfarbe machen wir schwarz oder blau wird er schön aussehen. Bart machen wir. Machen wir ein grosser Bart. Und dann müssten wir fast die Haare auch noch ein bisschen anders machen. So wird eigentlich gut aussehen. Ne, das nicht. Glatze wollen wir auch nicht. Okay. Nehmen wir doch die Ja. Nehmen wir die Haare. Ähm, eben Farbe möchte ich doch ein bisschen ändern. Ich weiß es nicht. Na komm, machen wir doch blau. Hautfarbe machen wir ein bisschen heller. Ja, machen wir so. Und die Größe. Ja, ich will doch schon ein bisschen gross sein. Oder soll ich klein werden? Hm. Schon ein bisschen winzig. Nein, ich muss gross sein. Weil ein Ritter sollte natürlich gross sein. Zum Projektil ablocken und so weiter. Okay. Ähm, nennen wir uns Dragos Knicket. Dass jeder weiß, dass ich mein Ritter bin. Gut. Aha. Das ist natürlich klar. So. Ähm, natürlich darf jeder mitmachen. Es wäre auch gut, wenn jeder mitmacht. Weil, ähm, ja, es ist halt ein Spiel des Multiplayers, oder? Und ich würde euch wirklich dabei auch helfen, gross zu werden. Wir könnten viel Spaß zusammen haben. Wir können eine Gilde gründen. Und so weiter. Also, jetzt mache ich einen anderen. Ähm, Baba. Auch wieder die gleichen Augen. Und diesmal... Ja komm, machen wir gleiche. Aber ich möchte dunkle Augen. So. Ähm, nein, die war natürlich nicht dunkel. Badfarbe auch zu dieser Farbe. Und auch gross. Dragos Barbar. Ist ja auch englisch. Also Barbarian. Aber ich nenne mich nur Barbar. So. Haben wir alles richtig. Ja. Ja. Ich schreibe immer gross. So. Noch falsch geschrieben. Und als nächstes, ähm, ja, möchte ich eigentlich kein... Warte, doch. Was gibt's denn für gute Boni in Geschicklichkeit. Was? Die haben wir echt nicht. Gute Geschicklichkeit. What the fuck? Das ist ja schlimm. Konzentration, Verfassung, Stärke. Ja, wir haben ja auch nicht gute Konzentration. Halten Mensch. Geschicklichkeit 15, 20, 22. Ja. Das ist der Beste. Okay, ähm, hier machen wir in Verfassung auch rein. So. Und dann möchten wir mal das Gesicht wieder machen. Ja, ich will immer so ein bisschen cremig ausschauen. Leider gibt's nie gute, ähm, dunkelbraune Augen. Das ist aber einfach hellbraun. So. Machen wir uns... Gibt's nicht grün? Äh, schwarze. Oder dunkelbraun. Hautfarbe machen wir hell. So. Und hier machen wir uns auch grosse. Ich finde grosse einfach immer besser. Dragos, Hunter. Hunter sind ja die Klasse, oder? Ähm, schau mal kurz nach. Ja. Mhm. Dragos, Hunter. Okay. Ähm, sonst haben wir nichts mehr. Wir haben alles gemacht. So. Also jetzt sind die drei erstellt. Den Kneid mache ich im Livestream. Den, äh, Hunter mache ich nebenbei. Und der Barbar mache ich auch im Livestream, aber eher zum Farmen. Und dafür auch ein bisschen alleine. Und, ähm, ja, ihr könnt die drei Charaktere, ähm, als Freund hinzufügen. Dann wisst ihr, wenn ich Livestream oder einfach nebenbei ein bisschen level oder so. Könnt ihr mich anschreiben. Und ich werde natürlich Wider-Items einfach, ja, am besten verlosen oder sonst irgendwas. Und, ähm, Magnetiten und, ähm, andere Sachen werde ich auch noch ein bisschen verlosen. Ähm, damit natürlich die Leute ein bisschen motiviert sind mit mir mitzumachen. Weil ich hätte es auch gerne, dass ein paar mitmachen. Also nicht nur eine oder zwei, sondern ein bisschen mehr. Ich freue mich. Also eben Ra, Alsius. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns heute Abend und dann fast jeden Tag um 19 Uhr. Bis dann. Tschüss.